Hallo, ich bin Mr. Katafi, euer Let's Play in das Kaninchen und in diesem Infovideo soll es um die Internetseite smitepromotion.com gehen. Vielleicht habt ihr dazu schon Links irgendwo gesehen, vielleicht schon draufgeklickt, mitgemacht, falls ihr es noch nicht gesehen haben solltet. Es ist eine Info für den Fall, dass ihr sie irgendwo seht. Diese Seite sieht sehr echt aus, sie sieht aus wie eine normale Smite-Seite und wirbt damit, dass man einen Link bekommt, diesen an Freunde weiterschickt und wenn die auf diesen Link klicken, kriegt man Gold-Coins, für die man angeblich Gems oder sogar das God-Pack bekommen kann. Es geht also um dieses Schneeball-Prinzip oder Pyramiden-Prinzip oder wie man das auch immer nennt. Allerdings, soweit ich gefunden habe, sowohl im Smite-Forum wie auch bei Reddit ist dies ein Fake. Es ist keine echte Seite, diese Seite möchte nur an eure Daten. Ihr bekommt keine Gems oder auch nicht das God-Pack, wenn ihr da versucht, das einzulösen. Ihr müsst eure Daten eingeben und werdet dann irgendwie in einer Schleife oder irgendetwas festgehalten, wie auch immer. Es geht da nur darum, an eure Daten ranzukommen. Das bedeutet, wenn ihr diese Seite irgendwo seht, ignoriert sie. Wenn ihr sie auf eurem Kanal seht, auf einem Forum, was euch gehört oder wie auch immer, löscht diese Links. Und solltet ihr auf diesen Link geklickt haben und eure Daten dort irgendwo eingegeben haben, ändert sofort euer Passwort bei Smite, sonst kann es passieren, dass er mit Schindluder getrieben wird. Also, diese Seite, smitepromotions.com, ist ein Fake. Ihr bekommt keine Gems, ihr bekommt kein God-Pack. Nicht mitmachen, löschen, ignorieren, Passwort ändern, wenn ihr da mitgemacht habt. Das wollte ich euch auf jeden Fall nur mal sagen, weil ich auch jetzt schon den Link dazu zugeschickt bekommen habe und mich gefragt habe, ob das überhaupt echt ist. Und deswegen, wenn ihr sowas seht und euch nicht sicher seid, bevor ihr irgendwie so etwas mitmacht, überprüft vorher auf anderen Seiten, ob das wirklich echt ist. Guckt bei dem Forum von dem Anbieter nach, ob die irgendwie so, die Smite würde in dem Fall das selbst ankündigen. Die würden das irgendwo bei Twitter ankündigen, auf Facebook oder auf ihrer Homepage. Würden sie solche Aktionen ankündigen, das haben sie nicht. Das ist ein eindeutiges Indiz dafür, dass das ein Fake ist. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen. Bis zum nächsten Mal. Euer Kaninchen. Tschö, tschö.